Wie es ist, darf es nicht bleiben. Deutschland ist Nachzügler bei der Digitalisierung. Die Pandemie hat schonungslos gezeigt, während andere Staaten ihre Verwaltung schon vor Jahren digitalisiert haben, haben wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Distanzunterricht in Schulen funktionierte mehr schlecht als recht. Gesundheitsämter kommunizierten immer noch mit Faxgeräten. Wir Freien Demokraten sagen, Schluss damit. Wir müssen unseren Staat umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Dazu gehört eine digitale Verwaltung, die unbürokratisch und zugleich bürgernah ist. Wir Freien Demokraten wollen dabei das Once-Only-Prinzip einführen. Das bedeutet, alle Bürgerinnen und Bürger müssen bestimmte Daten nur einmal der öffentlichen Verwaltung mitteilen und nicht jeder Behörde einzeln. Wir wollen in diesem Zusammenhang auch eine Easy-Tex, eine einfache digitale Steuererklärung, bei der die Finanzämter Steuererklärungen vorbereiten, die die Leute nur noch bestätigen müssen. Um hier mehr Tempo zu machen, brauchen wir endlich ein eigenes Digitalministerium. Dort sollen alle Kompetenzen gebündelt werden, die notwendig sind, um die digitale Transformation zu beschleunigen. Auch bei der digitalen Infrastruktur gibt es viel zu tun. Mobilfunklöcker und langsames Internet sind nicht nur ärgerlich, sie bedrohen in Zeiten der digitalen Revolution auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wir Freien Demokraten wollen deshalb flächendeckende, hochleistungsfähige 5G-Netze sicherstellen und den Glasfaserausbau vorantreiben. Für Privathaushalte und KMUs schlagen wir zudem Gigabit-Gutscheine vor, um Anreize für Investitionen in Hochgeschwindigkeitsnetze zu setzen. Wir müssen das Potenzial der Digitalisierung in allen Bereichen entfesseln, so auch in der Bildung. Wir schlagen deshalb für unsere Schulen ein Digitalpakt 2.0 vor, mit dem wir die Möglichkeiten der Kooperation von Bund und Länder vollständig nutzen. So können wir digital gestütztes Lernen und Distanzunterricht auf eine neue Stufe heben. Verbannen wir Overhead-Projektoren ins Museum und holen wir unsere Schulen endlich aus der Kreidezeit. Nie gab es mehr zu tun.